Hallöchen Freunde, mein Name ist Fox, ich bin aus dem Foxy's A-Team und ich möchte jetzt einmal ein kurzes Projekt vorschlagen, was wir so demnächst machen wollen. Das nächste Projekt wird etwas Lustiges sein und zwar soll das Projekt Have Fun heißen. Have Fun, das hört man auch schon, das wird etwas wirklich spaßiges. Ich werde auch davon nicht sehr viel verraten. Die Abschnitte wurden schon alle gedreht. Ich muss es noch zusammenschneiden und mal gucken, wann ich denn demnächst hochlade. Wie gesagt, gedreht wurde das alles schon. Es wird doch schon sehr lustig werden, gehe ich mal davon aus. Ich hoffe, ihr werdet euer Spaß haben. Mehr werde ich auch davon nicht verraten. Schaut euch das erste Video an, soweit es oben ist und dann werden wir sehen, was daraus wird. Dann war es einfach mal so eine kurze Mitteilung von unserer Seite aus und wünsche euch dann noch viel Spaß. und ja, lasst es euch gut gehen. Tschüss!